Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Am 9. März sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein in der Zeitung Tagesspiegel, Zitat, ich möchte keinen Flüchtlingswahlkampf führen, damit betreiben wir das Geschäft der Radikalen. Zitat Ende. Diese Aussage finde ich sehr interessant, Herr Wagner, denn gerade der grüne Koalitionspartner ist mit ziemlich radikalen Forderungen unterwegs. Die GRÜNEN im Bundestag erklärten am 20. März, dass sie am Abschiebeverbot selbst für schwer kriminelle Straftäter und Gefährder nach Afghanistan festhalten. Ihr grüner Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir bekräftigte erst am Dienstag in Welt Online in Bezug auf Afghanistan, Zitat, dorthin wird aus guten Gründen niemand zurückgeschickt, Zitat Ende. Das finde ich radikal. Trotzdem halten Sie, Herr Ministerpräsident, unerschütterlich an einer Koalition mit den Grünen fest. Mit ihrem freiwilligen Aufnahmeprogramm für Afghanen will Schwarz-Grün nun sogar noch mehr Menschen nach Hessen holen, während die Aufnahmefähigkeit der hessischen Kommunen nachweislich erschöpft ist. Die Asyl- und Einwanderungspolitik ist laut dem Hessentrend vom 14. März mittlerweile das zweitwichtigste Thema für die Bürger. Das dürfte auch ein Grund sein, Herr Ministerpräsident, warum Sie schon längst einen Flüchtlingswahlkampf betreiben. Nur suchen Sie die Schuld für die Probleme lieber bei der Bundesregierung, dort vorzugsweise bei ihrer direkten Konkurrentin um das Amt des Ministerpräsidenten, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, statt in Hessen das Mögliche zu tun, um den Migrationsdruck zu verringern. Die GRÜNEN werden von ihrer Kritik regelmäßig verschont, obwohl sie ein maßgeblicher und richtungsangebender Teil der Bundesregierung sind und offenbar auch dieser Landesregierung. Herr Ministerpräsident, die verlangen im Tagesspiegel Zitate. Die Bundesregierung muss jetzt ihre Vogelstrauß-Haltung aufgeben. Wie kommen wir an die Grenzen dessen, was wir leisten können? Wir haben den größten Flüchtlingszustrom seit 2016. Wir brauchen endlich die von der Ampel versprochene Rückführungsoffensive. Zitate Ende. Lieber Herr Ministerpräsident, ich wäre schon froh, wenn nicht immer mehr Migranten völlig unkontrolliert kommen würden. Der Herr Ministerpräsident ist im Landtag. Der hört jetzt sicherlich am Bildschirm zu. Er zieht es vor, sich der Debatte nicht zu stellen. Das sagt auch schon vieles aus. Von der Rückführung der bundesweit etwa 300.000 und in Hessen knapp 20.000 vollziehbar Ausreisepflichtigen, ganz zu schweigen. Und Sie, Herr Ministerpräsident, haben im Oktober letzten Jahres ein freiwilliges Landesaufnahmeprogramm für Afghanen angekündigt. Es befindet sich aktuell in der Endphase der Vorbereitung. Und ich frage Sie, wie passt das mit Ihrer Aussage zusammen, dass wir an der Grenze der Leistungsfähigkeit sind? Man kann nicht glaubhaft eine migrationspolitische Überforderung anprangern und gleichzeitig als Landeschef weitere Anreize für Zuwanderung nach Deutschland schaffen. Deshalb stoppen und beenden Sie das freiwillige Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Afghanistan. Wenn Sie es in Hessen angesichts der dramatischen Migrationslage nicht einmal schaffen, sich von solchen migrationspolitischen Luftschlössern zu verabschieden und Pull-Faktoren nach Hessen zu minimieren, sind Sie in Ihrer Kritik an der Bundesregierung und an Nancy Faeser völlig unglaubwürdig. Und lesen Sie doch bitte einmal die aktuell 848 Kommentare unter Ihrem 20-minütigen Interview zum Thema Migrationspolitik mit BILD TV auf YouTube vor zwei Wochen. Zwei repräsentative Kommentare. Erstens. Wie eine heiße Katze um den heißen Brei. Viel gesagt. Nichts geantwortet. Zweitens. Er spricht viel, hat aber Angst, die Wahrheit zu sagen. Herr Ministerpräsident, wenn Sie sich bei der Migration nicht ehrlicher machen, werden Sie bis zur Landtagswahl am 8. Oktober vermutlich erleben, dass sich mehr und mehr CDU-Wähler der AfD zuwenden. An dieser Stelle ein Wort an die nachfolgenden Redner, falls es überhaupt welche geben sollte und Sie das Thema Migration nicht einfach wieder totschweigen. Die AfD verurteilt nicht die Menschen, die sich auf der Flucht vor Krieg befinden oder auf der Suche nach einem besseren Leben unbedingt nach Deutschland kommen wollen, auch weil es hier die höchsten Sozialleistungen gibt. Wir kritisieren die Politiker, die diese völlig unkontrollierte Masseneinwanderung seit 2015 ohne Rücksicht auf die einheimische Bevölkerung zulassen und deren Aufgabe es eigentlich ist, Politik für diese einheimische Bevölkerung zu gestalten und deren Interessen wahrzunehmen. Nach über acht Jahren fortgesetzter Masseneinwanderung, für die wesentlich die CDU unter Angela Merkel verantwortlich ist, kommen Deutschland und Hessen völlig ans Ende der Möglichkeiten, auch aufgrund dieser völlig weltfremden Moral- und Haltungspolitik vieler Politiker. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. Wir befinden uns gesellschaftlich auf vielen Ebenen bereits im Bereich einer massiven Überforderung durch die fortgesetzte Masseneinwanderung, und zwar ohne, dass der Zustrom erkennbar gebremst wird. Mehr und mehr Bürgern wird das klar. Wenn Sie, Herr Rhein, nicht endlich auf die Sorgen der Bürger hören und in der Migrationspolitik deutlich umsteuern, dürften Sie als CDU nächstes Jahr in der Opposition sitzen. Und dann brauchen Sie die Ampel nicht mehr im fernen Berlin zu kritisieren, sondern können das direkt hier in Hessen tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.